Welcome to Europa-Park, Germany's largest leisure park. Herzlich willkommen im Europa-Park, Deutschlands größtem Freizeitpark. Erleben Sie eine fantastische Welt voller Geheimnisse und spannender Abenteuer. Über drei Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Europa-Park. Uh, das ist ganz schön unheimlich, das Geisterschloss. Ein spaßiges Gruselerlebnis für starke und schwache Nerven. Also, nur Mut, steigen Sie ein und lassen Sie sich bitte erschrecken. Das erfreut unsere Gespenster. Danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017